Kalle, du bist neu dazugekommen. Was war denn für dich ausschlaggebend, dass du jetzt hierher gewechselt bist? Für mich war der Hauptgrund, dass ich zurück nach München wollte. Dann kam das Gespräch mit Herrn Hettich und Rainer Maurer zustande. Die haben mir ein gutes Gefühl gegeben und das ganze Projekt hat mir zugesagt. Von daher hat dann nichts dagegen gesprochen, hier hin zu wechseln. Was für persönliche Ziele hast du dir denn jetzt für die Saison gesteckt? Persönliche Ziele, viele Tore schießen natürlich. Aber in erster Linie geht es jetzt nicht um einen eigenen Erfolg, sondern um einen Mannschaftserfolg. Und auch vom Erfolg des Vereins. Und da haben wir jetzt Ziele vor uns und die wollen wir natürlich im Kollektiv erreichen. Was sind die Kollektivziele des Vereins? Auf jeden Fall oben mitspielen. Ich denke, wir haben eine gute Truppe, wir haben jetzt eine gute Vorbereitung hinter uns. Und wir wollen da anknüpfen und am besten natürlich gleich am Freitag gut starten. Du sprichst an, Freitag geht es los, Auswärtsspiel. Wie schätzt du den kommenden Gegner ein? Ich habe schon ein paar Mal in Schalding gespielt. Also ich erwarte tiefstehenden Gegner, die sehr zweikampfbetont spielen werden. Und natürlich darüber versuchen, gegen uns Punkte zu holen. Da müssen wir halt von der ersten Minute an gut dagegenhalten. Und ich denke mal, unsere Klasse dann im vorderen Drittel ausspielen, damit wir da dann das ein oder andere Tor schießen.